Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mit dem heutigen Tag beginnt die inzwischen 32. Kalenderwoche des Jahres 2023 und wir werden wie zum Wochenauftakt üblich hier auf diesem YouTube-Kanal den Goldpreis uns einmal schachtechnisch anschauen, respektive unter die Lupe nehmen. Kurz und schmerzlos beginnen wir mit einem entsprechenden Blick auf Eurobasis. Ich habe es bereits in der vergangenen Woche ausgeführt, dass ab 1770 Euro eine neue Aufwärtsdynamik entstehen könnte und tatsächlich war dem auch zunächst so, aber das dann vielleicht schon eine Spur zu schnell oder psychologisch gesagt zu euphorisch, denn unlängst kam der Goldpreis dann auch wieder deutlich zurück. Jedenfalls haben wir nach unten hin noch sozusagen Luft bis ungefähr 1740 Euro, bevor es dann wirklich kritisch werden kann. Und dann müssen wir nochmal sprechen, ja. Und nach oben hin liegt eine wichtige Unterstützung bei ungefähr 1790 Euro, die man meines Erachtens eher im Blick behalten sollte, weil sich dann nämlich auch relativ schnell ein Niveau nachhaltig auf über 1800 Euro bilden kann. Und auf Dollarbasis liegt die nächste Unterstützung jetzt bei ungefähr 1950 US-Dollar und schachtechnisch scheint der Aufwärtstrend seit November 2022 noch immer intakt. Und damit das auch so bleibt, sollte der Goldpreis nicht nachhaltig unterhalb von 1940 US-Dollar notieren. Unter dem Strich bleiben jedenfalls schachtechnisch betrachtet die 2000 US-Dollar das nächste Kursziel. Alles in allem bleibt die Stimmung am Goldmarkt also weiterhin positiv und zumindest schachtechnisch sieht das aktuelle Bild so aus, dass die Goldpreise sowohl im Euro als auch im US-Dollar kurzfristig wieder und auch weiter steigen. Das ist zumindest meine Meinung und keine Empfehlung zu Kauf oder Verkauf. Ja, muss man ja oder sollte man immer dazu sagen. Man sollte meines Erachtens, ja, meines Erachtens jedenfalls den, dem ganzen Mediengeschwafel von steigenden Zinsen, vermeintlich guten Arbeitsmarktdaten, vor allem aber die anmaßende Behauptung, dass weit und breit keine wirkliche Krise in Sicht ist, kein Gehör schenken. Man sollte nicht vergessen, dass es gerade die Zentralbanken sind, die noch immer nach wie vor wie verrückt, wie von der Tarantel gestochen physisches Gold kaufen, also sozusagen Wasser predigen und Wein saufen. Und wer sich stundenlang, täglich, stundenlang von den weltweit einzigartigen Qualitätsmedien zerebral vergewaltigen lässt, muss man ja schon sagen, ja, der verliert nur sein logisches und kritisches Denken zu dem Preis, politisch, ethisch und sozial korrekt zu sein. Das sind dann gewöhnlich jene, die unter anderem voller Überzeugung in den DAX investieren, die Riester-Verträge abschließen und die Neuankömmlinge dann am Bahnhof feierlich willkommen heißen, ja, feierlich beklatschen. Hallo, schön, dass ihr da seid. Und vielleicht denkt man auch sogar schon darüber nach, seine Geschlechtsidentität zu ändern, um so besser in die inzwischen völlig verweiblichte Gesellschaft zu passen, denn Testosteron wird ja immerhin schon genug importiert, ja. Nur wer keine Eier hat, der ist am Arsch, denn im Großen und Ganzen waren es schon immer männlich geprägte Gesellschaften, die echten pragmatischen Fortschritt gebracht haben und die auch die Welt sozusagen erobert haben, wohingegen, ja, weibliche Gesellschaften der Natur nach erobert werden, ja. Aber ich schweife ins Philosophische ab, um es in aller Kürze auf den Punkt zu bringen, Gold lügt nicht, Punkt, ja, Punkt, Ende aus, Mickey Maus. Nebenbei bemerkt liegen die aktuellen Aufgelder bei durchschnittlich grob 5% pro Unser Gold und bei grob 3%, ja, grob 3% im Durchschnitt pro 100 Gramm Goldbarren. Wobei jedoch anzumerken ist, dass die Händler tatsächlich inzwischen beim Ankauf mit etwas höheren Margen kalkulieren, ja, die müssen ja auch von irgendwas leben. Jedenfalls ist es aber so, dass man als Anleger aktuell noch immer relativ kostengünstig an physisches Anlagegold kommt und meines Erachtens ist es das, worauf es am Ende des Tages dann auch wirklich ankommt. Alles zu Gold, aber auch zu Silber, Platin und Palladium als Wertanlagen, das erfahrt ihr ausführlich und leicht verständlich in meinem Buch Das Abenteuer Edelmetalle. Und wenn ihr noch mehr Videos von mir sehen und ihr meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen möchtet, dann abonniert jetzt diesen YouTube-Kanal. Das ist kostenlos und hilft mir enorm weiter, weiterzumachen, noch viel mehr Videos für euch zu machen. Und wenn euch dieses Video hier und heute gefallen hat, dann gebt diesem Video jetzt einen Daumen nach oben und in jedem Fall sehen wir uns sehr gerne im nächsten Video wieder. Euch alles erdenklich Gute, eine tolle Woche, bleibt gesund, auf bald! Bis zum nächsten Mal!